Oh, Scheiße. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht. Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. 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 Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden infizierte Gesichter. Maria hat ihn und Tommy früh losgeschickt. Scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lang geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe, sollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Hm, was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Ciao. 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 Ciao.